Warnung! Die folgenden Szenen können Beleidigungen, extreme Aufregung und sogar Hassreden, in Klammern gegeneinander, beinhalten. Diese sind in der Regel nicht ernst gemeint und beeinflussen in keinster Weise die Beziehungen untereinander. Hoffentlich. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer total verrückten und total gestörten Aufnahme von Camped Out. Ja, es fängt genauso durcheinander an, wie das ganze Let's Play am Laufen ist. Deswegen sage ich einfach nur, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, deswegen frage ich, ob sie aufnimmt, weil dann kann man erstmal Hallo sagen. Also ich nehme auf. Okay. Ich sage auf Wiedersehen. Also soll ich Hallo sagen, meint ihr? Ja. Das könnt ihr euch ja dann ausdenken, wie ihr wollt, weil das wird jetzt meine Ansage werden, weil das so richtig schön durcheinander ist hier. Wer ist denn überhaupt Hallo? Ja, immer noch die gleichen wie davor auch. Bin Hallo. Hallo. Du bist der Rainer, nee, Rainer war es nicht. Wie hieß du? Ich heiße Pascall. Ja, Pascall. Ich bin Pascall. Ich bin der Kesselhund. Alias Indy Jones. Achso, alt bist du schon, okay. Hm. Also wir befinden. Mein Hut ist größer als ich. Ja, ich glaube, das macht sowieso keinen Sinn, sich hier überhaupt irgendwie vorzustellen, weil, ja. Wir nehmen einfach die erste. Die schneiden wir überall drüber, damit alle Bescheid wissen. Also die drei Manikiken, die da stehen, so sagen wir das jetzt einfach und herzlich willkommen am letzten Let's Play und jetzt machen wir los hier. Wir sind in einer Gold Rush-Mine und ich kann Moana schon versprechen, sie wird es hassen. Nein. Und wir haben es noch nie auf normal gespielt. Ich gehe nach oben. Und deswegen musste ich jetzt, oh Gott. Pass auf, du kannst nur, du kannst nur Holz hacken, indem du hier die Dinger, äh, den Dingern hinterherlässt. Warte, wer hat denn den Kübel jetzt da oben draufgestellt? Du musst da rüber. Ach nee, warte mal, ich mach, wir hätten das vielleicht vorher mal organisieren sollen, ja. Ach du geil, du musst hier Holz, du musst hier eben auch irgendwas, ah. Du musst auf den Pfeil drücken. Du musst das durch die Lasche ziehen. Nein, ich den, oh, nimm doch mal den Kram hier mit, hallo. Kannst du mal warten, bis ich mitkomme? Nein, warum nimmt der immer diese Drecks ab? Also wir haben kein Holz, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, ich versuche das Holz noch da runter zu werfen, da ist es doch, hallo. Da unten liegt Holz. Yeah, Holz. Oh, jetzt hängt das Holz in der Luft. Noch ein Holz. Immer Holz mit. Nein, ich komme da nicht durch. Warum ist das denn so kacke? Weil wir geärgert werden sollen. Wo, wo ist denn hier? Ja, warte, ich hole sie. Nein, nicht holen, machen, machen, da. Ja, holen und machen. Schreiche irgendwie? Da, äh, äh, schreist die ganze Zeit. Also das ist... Willst du irgendwie eher Stress mit mir? Ich muss mal meinen Kopfhörer, ich muss mal meinen Dings leiser stellen, ein bisschen. So, eins ist fertig, eins ist fertig, eins ist fertig. Da ist doch Holz. Ja, okay, das nächste Zelt. Will nicht, jetzt. All. Nein, ich bin rosa geworden. Holz, 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 Holz. Jetzt glaubt ihr euch immer nicht. Ah, du bist ein bisschen Hammer in der Hand. Steine, Steine, ich habe da unten Steine. Ja, ja. So, Hammer, Hammer, der ist bei dir. Äh, nee, der ist ja hier. Die Dahl, der ist bei dir. Nimm das Licht, ich nehme das Licht, mach den Rest. Warte, wo ist das Licht, da. Äh, wo ist denn das Zelt? Ach, das waren schon alle, das waren alle. Kämpfeier, Kämpfeier. Da oben, da ist ein Zelt, Mann. Ach so, Entschuldigung. So, ach, das sei es noch oben, ich bin so schlau. Das sei es noch oben, oh nein, ich hole es, ich hole es. Nein, wieso, ich hole es. Oh komm, Mann, mach da doch einen Stein rein. So. Wir haben nicht genug Holz, oder? Da kommt man aber auch nicht ran hier. Ah, jetzt. Ich glaube, ich muss nochmal Holz holen. Doch, Holz haben wir noch, aber wir brauchen gleich Fisch. Denk dran, Fisch, Fisch, Fisch. Mann, nimm diese Scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss selber hier. Nein, Hilfe, komm. Fisch, ich brauche die Hacke. Hacke, ich brauche die Hacke. Hacke, komm runter. Nein, runter, komm. Nein, die Hacke, nicht das Holz. What? Okay, das war's. Mann, dann nimm doch die Scheißhacke. Komm doch einfach mit der Scheißhacke runter und mach das Teil, Mann. Nee. Man merkt schon, wir sind ganzer beleidigend. Ah. Fische, 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 Fische. Ja, du siehst noch nicht mal, wo die Fische reinkommen. Das ist ja geil. Ja. Fische. Ich mach so lange weiter, bis die Fische alle da sind. Leute. Was ist das? Der EP hat keine Lust darauf, mal ein paar Fische reinzutun. Hilfe, würdest du noch mal rein tun? Ja, weiß ich nicht. Da sind 20 Stück oder so rum. Ja, warum machst du so viele? Also man merkt schon, die Stimmung ist sehr aufgeheizt, weil wir machen das alle hier mit Leidenschaft. Nein! Mach, stell gleich auf Casual um, das brauchen wir nicht weiter probieren. Der EP gibt schon einen Aufruf? Nee, ist nicht Aufgeben. Es ist resigniertes Einsehen, das man auch mal leichter machen muss. Also was soll ich machen? Ja, auf Mittel. Auf was hab ich mich eingelassen? Ja! Äh, Zelt. Und da? Oh, ich kann nicht aufstellen. Was ist das? Warum bist du eigentlich hier oben auf dem... Ach, nee, du bist gar nicht mehr. Holz, 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 Holz. Nicht gar nicht. Nein. Oh, wieso bin ich hier eingeklemmt? Wenn du jetzt hier erstmal abholen musst. Mach das Holz rein. Mann, das wärme ich doch alles da runter. Man bleibt doch da unten. Ja, ich hab nur Holz mitgenommen. Einmal. Oh, jetzt komme ich hier nicht zurück. Man nimmt das doch, wenn das schon die ganze Zeit angezeigt wird. Steine, Steine, Steine. Wo ist die Spitzsacke? Nein! Boah, jetzt bin ich hier auch. Nein, ich komme hier wieder nicht rum. Oh! Licht, Licht, Licht. Wir haben uns irgendwie total blöd das selber im Weg gestellt. Boah. Wo, wo ist das, äh, was rein muss? Boah, was ist denn... Ach, da sind wir ganz oben rechts. Oh, das... Das Holz ist hier. Hier ist doch Holz. Nein, das... Das Seil. Ja. Jetzt. Geh durch, geh durch. Ich kann ja an diesen blöden Dingen wieder nicht vorbei. Warte, ich mach mal weg da. Steine. Hammer? Hol. Wieso muss ich mal einen Stein rein tun? Licht, 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 Licht. Ich gehe, ich gehe. Achso, rum, rechts, okay. Ich hole das, ich hol's. Ah, da, da, da. Ich krieg den Stein nicht da rein rein. So, halbe Zeit ist um. Halbe Zeit ist um. Fertig? Die Axt. Ja, schnell. Achso. Wir brauchen aber auch Holz. Wo ist das Ding, äh, zum, zum Angeln? Achso, da oben? Ja, an einer, an einer Angelstelle fast. Trotzdem brauchen wir noch Holz dringend. Ja, dann entweder muss einer hochgehen und ich hole den Holz. Ja, ich habe die Fische gerade geholt. Oh, jetzt kriege ich sie nicht mehr, oder was? Da muss noch einer, Entschuldigung. Fische? Äh, da ist einer. Ich habe ihn, ich habe ihn. Okay. Holz kommt nicht. Er ist auch schon dabei. So. Welche Holz brauchen wir? Zwei oder ein? In der Decke komme ich nicht. Einlaubig. Warte. Äh, ich glaube ja. Aber welches Zelt, welches Zelt. Aber wir sind alle hier unten. Pass auf, das wird jetzt ein richtiges Durcheinander. Ah, ne. Drück, drück. Oh. Yif. Es geschah. Wir müssen auch mal weiterkommen im Leben. Also entweder spielen wir jetzt weiter auf der Casual-Ebene, oder wir hassen uns irgendwann. Ja, ich glaube dann, äh, es wird nichts mehr dann. Ja, guck mal, das ist viel zu einfach, die Eben. Ich hasse dich jetzt schon. Das weiß ich ja. Ja, aber wir können doch immer mal das erste Mal ausprobieren, wie das auch schwer ist. Ja, wir können es auch normal probieren, erst mal einmal. Weil es ist sehr unterschiedlich, die Level, das stimmt schon. Ja, weil wenn wir jetzt sagen, boah, eigentlich waren wir so nah dran, weißt du? Ja, bei dem waren wir nicht nah dran. Was kommt jetzt? Den Geistern aus. Ja, die Geister sind scheiße. Ich denke auch, dass wir das wirklich nicht auf schwer schaffen. Aber wir haben es, glaube ich. Okay, äh, ausräumen. Ja, ja, mach, 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 ich habe die Dinger dabei. Was stehst du weg, Mann? So. Ah, pass auf. Oh, den habe ich nicht gesehen. Erste ist tot. Ja, ehrlich, ich hab den komisch wieder befächern. Wo ist denn hier ein Zelt? Ach, da. Da, wo es blinkt immer. Steine, 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 Steine. Wo ist das Ding? Hat keiner gemacht bisher? Wo sind sie? Ja, ich musste sie wiederholen. Danke. Ja, warum? Pass auf. Ach, nee. Mach die Steine. Kleines Tricksvieh. Kannst du sie wiederholen? Nee. Erspiel es nicht für mich, glaube ich bin da nicht gut genug für. Äh, nein, ich sterbe. Hammer, Hammer, ich brauche nichts, Licht, Licht, Licht. Kommt wieder zurück. Da ist es noch selbst. Ah, Stein. Bauten euch auf. Ja, danke, dass ich das... Warte, äh, nehmen das Ding. Nein. Wieso, das soll das nicht, Mann? So, wo ist Holz, wo ist Holz? Weil du nicht holzen kannst. Holzen, holzen. Holze, holze, holz. Hör auf. Und ich bin tot, weil ich geblockt wurde. Ja, weil Indiana Jones zu alt ist. Das wissen wir doch. Mach die, äh, hol ihn wieder. Ich mach die Steine. Das auch, da kommt Geist. Ich mach mich jetzt wieder, jetzt kannst du ihn ab. Danke. Steine. Nein. Nein. Nein, Stein, hol den Stein. Was ist denn da, da oben? Ich hab ihn, ich hab ihn. Hammer. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich hab die Laterne. Mach rein, mach rein, mach rein. Ich hab eine in der Laterne. Stell den Campfire. Cool, das nächste. Ich mach Steine. Wo ist das Ding? Nee, links. Nein, ich mach Steine, Leute. Oh, ich küsse. Ja, super. Ah, Holz. Nimm doch mal das Holz. Wir brauchen noch keine Steine. Oh, das Lagerfeuer. Da, was innen steht. Keine Ahnung. Ja, ich dachte, ihr seid so schrecklich, aber ihr wart nicht fest. Nein. Uhu. Oh, kacke. Äh, Moment. Ich komm mich gleich holen. Immer mal in Spiel nicht aggressiv. Oh, geh bitte mal aus dem Weg, Moana, Mensch. Ihr seid Hammer. Da kommt ein Bär. Da ist ein Bär. Ein Bär. Ich muss weg, der Bär kommt. Aua. Das ist die Angel, das ist die Angel, das ist die Angel. Da oben. Hol du die Angel, ich komm mal mit da oben. Ja, ich da oben. Der Bär. Scheiße. Der Bär kommt. Der Bär kommt. Nimm. Hier, hier, Fisch, 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 Fisch. Wirklich Aggression. Ja, Fisch, Mensch, keiner. Aber ich weiß nicht, ich muss mal den füttern, oder was? Ich muss mal den füttern, sag doch mal was. Ja, dann fütter den doch einfach. Also, ja. Ja, hättest du auch vorher sagen können, bevor ich hier 20.000 mache, auf der unten. Aua. Nein. Hier. Ach so, scheiße, du kannst. Oh, diese Kackdinger. Du sollst sie wiederholen. Ja, ich muss. Manche macht auch schon. Schau ihn mal eben. So, es kommt wieder. So, welches für. Ach so, Stimmscheiße, das habe ich vergessen. Oh. Kommt, scheiße, ich hab' verloren. Ja. Aber wir waren gar nicht so schlecht, außer, dass man wiederholen musste. Aber, ich glaube, wäre das nicht gewesen. Oder vielleicht einmal oder sowas. Ich glaube, dann hätten wir es noch geschafft. Ich glaube auch. Natürlich. Auf eine nächste Runde, man muss doch nur die Schuhe durch die Lasche ziehen. Die ganzen Schuhe. Oh, ich hab' das Ding schon in der Hand. Mach, mach, mach. Stell doch mal das Zelt auf. Holz. Holz. Oh, Mann, es liegt alles im Weg hier. Ich geh' Steine machen. Oh, Achtung. Oh, ich hab' den nicht gesehen. Ich geh' mal eben Steine machen. Nein! Wo ist das Ding hin? Hä? Ich war so fixiert auf diese, ähm, auf diesen Scheiß-Steinen. Wo ist denn der Scheiß-Koffer? Da oben. Ich, ich, ich merke schon die, äh, die Evolution in unserem Spiel. Am Anfang so, ja, wir freuen uns alle auf dieses Spiel. Mittlerweile scheiße, Dreh-Kamier. Mach doch mal das Seil da rein. Stein. Mach es doch selber, da muss ich ja nicht so rumlaufen. Holz. Ah, Stein hast du schon. Aber wir brauchen neuen Stein. Ich sag, er hat doch nichts dazu, aufzulocken. Das ist Hammer. Hammer, Hammer. Hammer. Und wie du spürzt so in deinem Outfit. Hammer. Das müssen wir erst das spielen, das macht Bock. Ich mach das nochmal, ich mach einfach mal was rein. Das sagt sie jetzt, ne? Warte mal, ich hol mal, ich hol sie mal bei ihm wieder damit, das ist ja langweilig so. Ja, und mich ist langweilig, ich schlaufe immer mit Absicht ins Feuer hier. Ich weiß. Oh, ein Geist. Hallo. Holz. Holz. Ja, was war's, da, zack, Holz. Nein, Holz rein, sonst geht es weg. Oh, nicht hin. Oh, das macht knapp. Nein, Mann, nimm doch mal das, was du voll der Hand hast. Okay, wir sind beide überfahren worden. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Wir sind auf der Geisterschleife, wir Geisterfahrer, das war ein Geisterfahrer. Das war ein Geisterfahrer. Das war ein Geisterfahrer. Nein, wir haben ja gar kein Geisterfahrer im Kopf, wir Geisterfahrer wurden überfahren. Das Spiel macht mich echt aggressiv. Ich find das gut. Oh, ich bin dabei. Oh, ich bin dabei. Oh, wie lange braucht ihr fürs Holz machen? Da ist doch Holz. Es liegt doch da. Ich kann's nicht aufgeben. Stein. Sag mal, lass mich schon in Ruhe, du mieses Vieh. Oh, sag mal. Nein, nein, die Hacke ist weg. Ey, wie schnell sind die bitte? Ich nehme die Ampe. In die Ampe. In die Ampe. So. Fertig. Achtung. Achtung. Mach rein, mach rein, mach rein. Wo ist die Axt? Ich mach Axt. 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 Ich hab immer was. Äh, die Mist. Steine, Steine. Nein. Warte, ich hole den Axt. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Weil die Kackviecher alle zwei Sekunden hier durchlaufen. Die kamen eben überhaupt nicht. Nein. Ich steil schnell. Ich bin tot. Der liegt da. Wir liegen alle. Oh. Verlangen sich zu spät. Erstmal wieder am Leben. Oh, mach diese Kacke doch mal hier weg, Mann. Was? Das ist doch egal. Ich bin tot. Nein. Wieso kommt jetzt der Bär? Ja, weil der Bär kommt. Wieso kommt der auf Normal? Ja, weil der immer auf Normal kommt. Hallo? Ja, auf Mittel meine ich. Nein. Wer hat denn jetzt den... Mann! Wo ist die Angel? Hallo, jetzt sind die doch. Zwei haben wir. Zwei haben wir. Zwei haben wir. Äh... Steine. Steine, Steine, Steine. Wo ist das Ding für die Steine? Steine, ich mach... Machst du Bär? Ich mach Steine. Ah, da oben in der Ecke. Geh Bärchen! Da, schnell, schnell, schnell! Ja, der Bär hat mich gekehlt. Boah, ey. Boah, das kann ich nicht mehr. Nein! Geh mal weg hier! Fällt mir aus wie die Sonne! Geh bis der Sonne! Der, der... Wo ist denn das Seil jetzt? Ey, du kannst hier nichts mehr finden, ne? Ich seh nichts mehr. Da oben! Da oben! Oben, oben! Oh! Nein! Jetzt steh ich hier! Nein! Irgendwie waren wir in Schwer besser als im Mittel. Komm, sie von nahem her! Oh! Kann mich immer noch nicht bewegen! Ah, jetzt. Steine! Wo ist das Zelt denn jetzt? Oh, ich bin hier durch! Nein! Ich hole! Wir haben keine Hacke! Wo ist die Hacke? Doch, sie muss nur drücken! Ich hab schon, hab ich gerade gesagt! Da! Hammer! Hammer, 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 Hammer! Nein! Du bleibst an so'n doofen Ding hängen, weißt du, und bist tot! Du musst alleine weitermachen! Oh! Das wird zu knapp! Das wird zu knapp! Das wird zu knapp! Ja! Du musst ins Luft zuhecheln! Äh, hecheln! Fächeln! Huh! So! Wo ist das? Kämpfeier, Kämpfeier, Kämpfeier! So! Steine! Ah! Kack! Hä? Das Spiel macht mich echt aggressiv! Oh, ich krieg zu viel! Ich will dieses Level schaffen! Und wir sind jetzt schon eine Stufe runter gegangen, ne? Nein, sind wir nicht! Das war nicht auf dir! Das war mittel! Ja? Ja! Das war nicht mittel! Das war mittel! Ich mach wieder mittel! Wir nehmen jetzt einfach mal die Kopfhörer aus! Seitdem wir mittel haben, kommen die kleinen Viecher nämlich dazu, falls es noch nicht mitbekommen hast! Nee! Doch! Auf mittel kommt der Bär nicht! Ich hab's aufgenommen! Jetzt stell doch mal auf, Mann! Ich stehe die ganze Zeit mit dem Ding! Ich hab hier dabei! Ich krieg das nicht gegriffen! So! Nein! Oh, ey! Du rennst fünfmal durch diese Dinger durch! Weißt du? Nein! Nein! Gewick! Gewick! Du kannst nach links nicht ausweichen, da steht das Zelt! Nach rechts bist du tot, weil es Wasser ist und von hinten kommt der Geist! Ey, das ist wunderbar! Das Level ist echt zu kotzen! Wir sind jetzt schon tot, weil keine Steine reingemacht werden! Ja, weil ich diese scheiß Axt in der Hand hab, die ganze Zeit! Diese scheiß... Ach ja, komm! Wir singen jetzt ein Lied über dieses Spiel! Dann wird das gleich viel besser! Ja, dann macht's auch wieder Spaß! Nee, dann kriegen wir zu viel! Das reicht sicher! Und dann machen wir ein paar Aggressionen und das ist okay! Und dann freuen wir uns alle, dass wir's länger geschafft haben! Nein, warum kann ich das nicht öffnen? Was ist jetzt wieder los? Ach, Mann! Was ist jetzt wieder los? Seil! 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 Holz! Äh, Holz, 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 Holz! Nein! Ich geh los nach Stein! Nimm doch mal dieses Kackholz, Mann! Achtung! Ich geh steil mit dem Ankluggeist! Ah! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Boah, ist nicht dein Ernstchen mit den Geistern! Gib mir die Spitzsacke! Gib mir diese scheiß Spitzsacke! Gut, dass hier dein Leben so wichtig ist! Nein, und ich komm nicht! Ey, das ist doch einfach scheiße! Kommst dann auch nirgendwo durch! Sonst glaub ich, mein bester Programm sind, wie wir die Zelte hinstellen! Und wie wir die hinstellen! Ja, und das... Ich komm wieder nicht ran! Ey, alles geht hier... Wer schiebt hier eigentlich alles ins Wasser? Hab ich Leben? Das ist die Geister! Lass das sein! Ich mach Holz! Äh, ist zu spät! Und du wirst dich nehmen! Sorry! Wir schaffen dieses Leben! Ich will dieses Leben schaffen! So, bam! Stein! Nein! Ja, zur Not! Ey, ich hohe hier die ganze Zeit holt! Der wer kommt! Du musst die angeln, 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 angeln! Er ist hinter mir her! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Lass weg! Du musst weiter nach draußen! Fütter ihn! Fütter ihn! Fütter ihn! Scheiß auf das Zild! Äh... Wieso habe ich die scheiß erste Hilfe, die ihn jetzt in der Hand? Ich mach Holz! Hier ist das Seil! Wo ist das Seil? Seil! Mach rein! Mach rein! Mach rein! Ich hab das Seil! Nein! Weg! Mach hier! Ich hab Holz gehackt! Ja! Wir müssen als nächstes Spitzhacke... Da drüben! Da drüben! Da drüben! Mach! Ich mach! Ich mach! Du nimmst! Warte! Komm her! Der dreht sich nur noch im Kreis! Der will nicht mehr! Geh weg! Ein Stein! Brauchen wir nur einen einzigen! Ja! Ja, aber sie... Na, komm! Ich war daneben! Ich hab! Ich hab! Ich hab! Ich hab! Ich hab! Ah! Nein! Oh, nee! Was schützen wir jetzt hier? Ich glaube, das müssen wir auf Nummer... Also auf leicht spielen. Das kriegen wir hin jetzt! Hör auf jetzt! So, Bam! Stein! Wo Stein? Zeke! Ich kann... Ich kann... Ja, jetzt! Ich kann den Stein der Weißen! Du schaust aus! Aber das bringt alles nichts! Ja, davon geht's erstmal genau. Mach Lampe und dann... Oh Gott, Alter! Das Spiel macht mich echt akassiert! Juuuuhu! Zu eins! Warte mal, da hinten kommt ein Geist an! Da vorne kommt ein Geist an! Ah, ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ah, ich weiß das! Das ist scheiße! Wir brauchen Steine! Wir brauchen Steine noch! Steine Steine! Hier, ein Stein liegt da noch! Nein! Oh! Da wohl sterben! Wir brauchen nur zwei! Wir brauchen nur zwei! Wo ist die Axt? Ich hab! Du kommst nicht in die Mitte durch! Nein, nein, nein! Lauf! Halt! 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 Zwei Halt! Axt! Gibt es uns okay? Nein! Ja, wenn ich gestorben wäre, hätten wir es geschafft! Das wird zu knapp! Mensch! Mano! Ich will das schaffen! Also das lag nur daran, weil wir gestorben sind, sonst hätten wir es geschafft! Hätten wir auch! Jetzt macht es auch peaceful! Das schaffen wir locker! Na, bin ich mir nicht so sicher! Da kommt ja gar nichts! Da kommt ja gar nichts! Da kommt kein Bär! Da kommt keine Kribbeltiere! Da können wir die Zelte alle auf einmal aufbauen! Wo ist die Spitzhacke? Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch! Hallo! Hier! Ich hab die Angel! Verdammt! Nein! Jetzt werde ich... Können wir das doch wahr machen? Wir sind beide tot, ne? Oh, jetzt haben wir gerade keine Holzrecken! Wo ist das Scheißding? Nein! Stirb einfach! Nein! Wir sind auf leicht! Oh nein! Nimm das doch! Das fing schon blöd an! Kann es nicht! Ich kann es nicht! Ich kann es nicht! Ähm, das sah ich noch was da oben! Äh... Warte, ich gucke da! Oh, ey! Mensch! Ist die so scheiße? Achso, der ist schon wieder gelebt! Ich mach schon mal Steine! Steine, Steine! Ach, hier sind Sch... Nein, 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 nein! Oh! Diese Tricks gleichste, ey! Mal rein! Lampe? Lampe, Lampe, Lampe! Nimm's selber! Wart zu? Äh, links? Kommst du dran? Warte, ne! Äh, jetzt hab ich das sei! Ja, komm! Hä, das ist... Achso, das war ich gar nicht! Das ist doch... Warte, ich rette mal eben noch das... das... das Ding... Achso, hast schon... Dein... Hammer! Äh, Hammer, Hammer, links, links! Ja, ich hab... Lampe! Ja, Lampe hab ich! Gut! Okay! Nächstes! Ich hol's! Boah! Meine Fresse! Wir brauchen das Seil! Wo ist das Seil? Seil, Seil, Seil! Wo ist das? Wo ist das? Ich seh's! Da! Ach, da oben! Seil, Seil, Seil! Stein, liegt da! Hammer, Hammer! Lampe! Oh, warte! Überrasen wir ein bisschen eingespielt, da sollen... Nächst! Steine brauchen wir! Äh... Warte, wenn man macht das da oben hin, dann können wir näher an den Stein... Ja, wir müssen aber näher am Holz sein! Ja, das Holz ist da... Ne, das wird gar nicht! Wo ist die Angel? Ich seh' nicht die Angel! Ich hab' die Angel schon! So! Axt, 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 axt! Ach, jetzt ist dieses Scheißding wieder hier unten! Wieso werfe ich das eigentlich woanders hin, wenn's dann doch wieder hier ist? Ich hab' ich den aber in der Hand, ey! Ja, wir brauchen die Angel! Ja, ich weiß! Da! Da! Letzter Fisch! Holz, 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 holz! Los, reingehen ins Zelt! Ich bin wahrscheinlich rechts! Aber wir haben genug Zeit noch! Nein, das ist alles... Epi-Mitte, Moana rechts! Oh Gott! Wir tun jetzt einfach so, als ob das die schwierige Stufe war! Ja, super, wir waren so toll! Wir waren richtig toll! Äh... Ja, bestimmt jetzt zwei Minuten, äh... Zeitbonus! Oh Gott, zwei Minuten Zeitbonus, weiße! Aber ich hab'... War das nicht die Runde, wo ich euch noch hochgeholt hatte? Oder einen hochgeholt hatte? Nein! Ja, nee, aber dann ist logisch, warum wir keine zwei Minuten haben, weil das dauert ja! Und dann kann der sich dann auch wieder zehn Sekunden oder so nicht bewegen und so, das ist... Aber ich finde das hier auch grauenhaft mit dem Ghost Beach hier! Ja... Ja, das Räftding ist auch nicht besser! Achso, nee, das war das einer! Ja, lass uns erstmal... Keine Ahnung, was das jetzt war... Da, 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 da... Pass auf, wenn in der Mitte Wind weht! Mehr sage ich dazu nicht! Äh, ich brauch' die Spitzhacke hier! Ich hol' mir die Spitzhacke! Ich hol' mir die Spitzhacke! Wenn mir das zwei zu kommen... Oh Mann, es sei direkt mit auf! Eins... Pass auf, nicht durch die Mitte gehen! Nicht durch die Mitte gehen! Ja, da ist jetzt ein Tornado! Da sind aber ein bisschen Anseledger noch Zelda! Ja, alles klar! Oh... Okay... Ich nehm' beide Steine mit! Nein! Jetzt ist... Oh, du scheiße, ein Schönchen! Achtung! Ne, äh... Steine! Hammer, Hammer, Hammer! Wo ist der Hammer? Ach, der ist bei mir! Hammer und Steine! Nein! Oh, ich sterbe! Ich sterbe! Nicht rüberkommen! Nicht rüberkommen! Nicht rüberkommen! Nehmt euch aber die Steine! Ja! Was nützt uns das? Wenn wir nicht rüberkommen! Warte, warte! Lauf, 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 lauf! Ich will jetzt nicht im Weg stehen! Wo ist denn die... Der ist immer noch auf der Seite hier! Da haben wir schnell... Ja, hol zu! Ja, ja, mach die... Äh... Wo ist das andere Zelt? Wo ist das? Beides ist hier! Keine Ahnung, wo das... Weggeweht grad, oder was? Keine Ahnung! Aber ich muss das ja... Da! Äh... Mach Holz! Mach Holz! Mach Holz! Wir brauchen die Lampen! Wir können sowieso grad nix machen! Wir sind doch schon alle drin! Warte, da drüben liegt das Zeit, ich sehe es! Ich hole es mal rüber! Sei es hier drüben aufbauen? Ja, bau es hier auf! Komm hier damit! Nein, wir sind jetzt da! Ja! Ja, und das Kettfall machen wir da hinten! Das Kettfall machen wir da hinten! Seil! Geil! Schnell! Wo ist das Seil? Ich hole es! Ich hole es! Ich hole es! Ich klaue das Holz! Die Säcke! Oh Mann, die alten... Nein! Nicht, nicht, nicht! Boah! Ne, alles gut! Habts gesehen! Ne, es wird jetzt Unfall wieder! Komm schon! Ja, ich weiß auch nicht, warum das da hinten steht, statt hier! Weil das besser ist! Jetzt komm! Was sagst du? Mann, wieso kann ich diesen Scheiß Stein nicht aufnehmen? Den kann ich nicht aufnehmen! Mach du Holz, Holz, Holz! Ich mach einen Stein! Nein, ihr Drecksäcke! Nein! Oh, ich muss wieder zurück, 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 zurück! Scheiße! Zurück, zurück, zurück! Oh, hör auf mit dem Mist, Mann! Ich muss den Stein rüberbringen! Fuck! Ey! Das hab ich jetzt nicht laut gesagt! Der Hammer ist hier hinten übrigens! Den müsst ihr hier wiederholen! Mann! Man muss halt immer alles selber machen hier! Ja, das Kämpfeier ist nicht mehr hier! Das ist ein riesen Problem, weil da muss ja auch Holz rein! Ja, aber nicht so viel! Mach, mach, mach! Mann, jetzt ist der Stein! Ja, mach Holz rein! Da müssen vier rein, den beiden, ne? Ja, und alle fünf oder was, die da hinten lagen, sind jetzt weg! Mach nochmal Holz, 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 Holz! Ich mach Holz! Was ist das denn gewesen? Das war mal ein Wald! Und dann kam Bier! Ne, komm, nimm das Holz mit! Holz, 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 Holz! Ich hol die Hacke! Ich hol die Hacke! Die Hacke ist doch hier! Nein, bist du nicht! Nein, nicht die! Ja, nein, ich komm nicht rüber! Nimm noch ein Holz mit! Ich hab kein Holz! Ja, wir brauchen aber eins für den Schluss! Nimm du die Fische! Fische! Nein! Schnell Fische holen! Na, ich wollte grad sagen, das schaffen wir nicht mehr! Mach bitte auf den anderen! Das ist sonst... Ja, aber ich hab's noch nie in schwer probiert, muss ich sagen! Aber es ist wahnsinnig ätzend, muss ich sagen! Durch dieses in der Mitte! Ansonsten würdest du's schaffen! Aber du musst halt immer warten! Ich find alles ätzend gerade an diesem Spiel! Uns auch! Ja, man muss halt vielleicht eine andere Strategie wählen oder wie auch immer! Strategie ist hier unnötig, wir müssen sowieso alle durcheinander machen! Ich bring mal die Hacke rüber! Ja, ich hol schon, ich hol schon! Oder geh rüber, ja! Holz, 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 Holz! Nein, wieso nimmt dir das wieder nicht? Mann! Boah, Steine, 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 aber ich kann grad nicht! Ich bring rüber! Ich hol Steine! Ich bring der Stein! Oh, nein! Lauf, 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 lauf! Der Wegsang! Steine bringen! Ja, ich bring Steiner! Boah, die klauen alle Holz, Digga! Die sind blöde! Hammer, Hammer, nimm den Hammer! Wo ist... Hammer! Ey, wo ist die... Die scheiß Axt jetzt ist! Die Axt weg! Hä? Wo ist er da? Wir haben halt... Die Axt liegt doch da! Boah! Holz, Holz, wir brauchen Holz! Boah! Wo ist der Stein jetzt? Da! Nein, den hab ich wohl weißlich mitgenommen! Hammer, Hammer, Hammer! Ich hol gleich einen Stein! Ich muss erst mal rüber! Das nächste... Denkt dran, ihr braucht dafür Holz! Ja, ich wapp schon! Eins rein! Wir brauchen nur noch ein Holz! Oh, wenn der Hammer nicht im Weg liegen würde, wäre ich da! Ja, aber den brauchen wir ja auch! Ne, wir brauchen einen Stein! Schnell einen Stein nur! Kämpfeuer, Kämpfeuer, Kämpfeuer! Oh, das war Moana! Was ist das denn? Ne, die ist weggeflogen! Die hatte keine Lust mehr! Ne, die hatte keine Lust mehr, genau! Ne, die hatte keine Lust mehr, genau! Fly, fly away! Oh Gott, ich hab gerade totales, äh, irgendwie... Ich hab ein Stein! Ich hab auch... Ich hab auch... Nein, ich hab was anderes... Ich hab was anderes verstanden gerade! Schnell, mach das rein! Mach das rein! So! Angeln, angeln, angeln! Ne, müsste ich angeln! Axt! Ja, mach Axt! Aber angeln müssen wir auch! Nein! Nein! Boah! Wo läuft diese blöde Kuh eigentlich hin? Oh! Alles klar! Stein! Da, 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 da! Da, da! Oh, was ist das Kuh? Holz, 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 Holz! So, wer muss wohin? Ich weiß es nicht! Bleib hier still! Ich muss hier gar nicht rüber! Ne! Ne, ne! Ah! Nein! Aber ich bin der, wo ich still muss scheiße! Ach komm, mach, 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 mach! Das ganze Spiel! Oh, ich sollte mal einen Schluck trinken! Ich kann gar nicht mehr reden hier! Sonst geht ja auch schnell was holen! Oh, so! Es tut mir jetzt leid für die Knickgeräusche, aber ich hab leider nur Plastikflaschen da! Egal! Hauptsache, man hat was zu trinken! Wir hätten das locker geschafft mit der anderen Stufe! Ich hab nichts gesagt, ich geh wieder! War auch nicht lustig, wie du merkst! So, einmal machen wir das mal, um unsere Nerven kaputt zu machen! So, das ist richtig scheiße, wie du sehen wirst, weil wir müssen nämlich immer raus, rauf, runter... Warte, ich hab ein Zelt, ich hab ein Zelt! Holz, 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 links! Oh nein! Du musst nicht laufen! Was hast du? Wo ist die Axt jetzt? Ich hab die Axt! Ich hab die Axt! Oh, Holz, 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 weg! Ich komm hier nicht hoch, ey! Was ist das für eine Schalze? Ich muss erst mal die Axt retten, ich weiß nicht, ob die wieder kommt! Ja, die kommt wieder! Ja, die kommt immer wieder! Dann müssen wir mal ins Wasser schmeißen! Okay! Scheiße, wir haben ein Holz noch! Ach, scheiße, ich sag Steine und renn runter! Oh, ich bin verloren ohne Steine! Ich bin nicht schnell genug! Das ist der Hammer! Hammer! Eins haben wir! Eins, fertig! Was ist das Ding? Nimm, nimm, nimm! Holz brauchen wir! Wir haben noch zwei hier oben drauf liegen! Die mach ich rein, hol noch einen! Oh, ich bin einfach! Ach, da hinten sind auch Steine! Wo ist die Spitzacke? Hier! Aber hier liegen auch Steine! Oh, was ist das für ein Mistband? Boah, das ist nicht dein Ernst jetzt! Ob du es die andere Seite geben müssten! Ja, aber er hat die Spitzacke hier hingelegt! Die war auf dem Floß! So! Schlampe rein! Next! Wo ist das All? Da! Holz! Ähm! Steine haben wir genug! Holz brauchen! Wo ist die Axt? Da! Ich hab sie! Holz liegt immer drauf! Oh, ist Wasser gefallen und nicht auch! Ja, geil! Oh, Leute! Ich sehe nichts mehr! Wo ist die scheiß Axt hin? Da! Kommst da so nicht hin! Die kommt nicht mehr zurück! Die gibt die Axt dir! Oh, jetzt komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Steine! Da liegen noch Steine! Ich komm hier nicht rüber, Mann! Ja, hol die! Hol die! Mach, mach, mach! Mach einen nur! Komm! Alles gut! Oh, ne! Ihr müsst da hinten hoch! Komm, 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 komm! Wir brauchen aber auch noch fürs Campfire! Ja! Boah! Ich komm nicht da hin, Mann! Campfire? Alter, hol jetzt einer noch Steine vielleicht! Äh, hier ist da links! Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Och, hier sind irgendwo Steine! Weder rechts noch links! Hier, Steine! Warte, ich hoffe! Uff! Na, zwei noch! Das wird so knapp, das wird so knapp! Das wird so knapp! Aber wir hätten vielleicht eine Chance gehabt! Also... Aber es ist schon heftig, muss ich sagen, mit der Stufe! Das ist echt heftig! Wir mussten auch komplett angeln und so! Also, glaube ich nicht! Also, nicht so hoch! Also, mit dem... Ja! Ach! Gut, wir sind jetzt doch gestorben! Ja, das war der erste Versuch! Darfst du jetzt auch nicht vergessen, ne? Oh, ich komm da nicht hin! Ach, willst du mich verarschen? Äh, holz, holz, holz! Wer macht holz? Wer macht holz? Leide ich jetzt! Oh, ich komm hier nicht! Ah! Einmal genießt und schon ist man ganz woanders als da, wo man eben war! Nein, das geht nicht! Boah, ich komm da nicht mal... Nein, ich bin tot mit dem Holz! Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Wo ist die... Wo ist die Axt hin? Axt, 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 Axt! Wo ist die Axt? Hol doch mal Holz, bitte! Ein Holz, oder? Ne, ne, wir brauchen ja mehr, aber... Was auch lauft! Oh Mann! Nein! 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 Nein, bleib stehen! Wo ist denn das denn da? Komm, steil! Ach nein! Das war tiefes Wasser! Wirst du nicht! Komm mir nicht hör, verdammt! Verdammt! Ich komm, ich auch! Ich bin rausgegrenzt! Das war's! Ich bin rausgesperrt hier! Ich schmeiß jetzt alles von den Kreisen raus, da runter! Ich bin wieder da! Ja, ich bin auch wieder da! Äh, was ist das da? Was ist das, Leute? Nein, ich will nicht das Holz, Mann! Oh! Hol die Steine, hol die Steine! Einen Stein brauchen wir noch! Einen! 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 Mein Speer hängt sich gerade auf! Oh! Mama? Mama? Oh, was war das? Oh, was war das? Mein Speer hat sich aufgelenkt! Ich hab ganz kurz nichts gesehen! Einnahme! Was? Ich hab... Äh... Holz! Liegt das raus und abholen! Abholen! So! Jetzt nimm das, Mann! Steine, Steine, Steine! Ja! Da bin ich! Da oben ist es! Ab einer Seite! Ab einer Seite! Andere Seite! Rechts! Rechts! Hier, wo ich bin! Andere Seite verstehe ich nicht, welche Seite! Ich hab jetzt fünfmal rechts gesagt! Jetzt nimm das! Ich hab ein Gewick! Hammer! Hammer! Äh... Licht! Das Weisen fertig! Wo ist das Scheiß? Da! Das wird so, so knapp wieder, ey! Wo ist das Seil? Ach, da hast du reingehangen! Holz, 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 Holz! Ja, hier, ich komme nicht hoch! Oh! Oh! Willst du mich verarschen? Nein, ne? Ja, das wird nichts, ne? Das wird nichts! Oh, komm! Wir müssen das besser planen! Wir dürfen nicht auf beiden Dingen da rübergehen, ey! Das wird ablaufen vorher, ja! War das nicht dein Ernst jetzt? Mach rein, mach rein, mach rein, mach rein! Ach, nee! Nein, wo ist die Hacker... Wo ist die... Ich abseh, ich abseh, ich abseh! Wir brauchen noch eins, hier! Holz, 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 Schnell! Es ist Wasser gefallen! Das wird auch nicht aggressiv dieses Spiel! So! Ich komme nicht hin! Nein, ich komme nicht hin! Können wir das bitte auf links machen? Wir hatten das gerade auf mittel! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren!